Albtraum, Pangalwood Twive. Man sieht nicht mal, wie viel Sanity wir haben. I hate this. Licht müsst an sein. Was? EMF! EMF 1234! Mhm. Äh, er redet. Er kommt. Aber wo? Ähm. Oh je. Hallo Herr Geist, sprich mit mir. Äh, abgeschlossen. WTF? Das Ding ist, ich stand... Äh. WTF? Nee, nur ein Spuk. Der ist in der Küche. Da ist er! Ja, da steht er! Alter, was bist du für ein alter Huren? Bei dem Keller. Er hat übrigens unten ins Buch geschrieben. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Er hat wahrscheinlich schon zum dritten Mal den Raum gewechselt, weil es mir hier zu blöd wird mit uns. Er kommt gerade aus dem Keller, ich glaube ich muss gleich mit ihm um den Tisch rennen. Oh ja! Ahhhh! 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 Ich bin tot! Alter! Oh Gott, das war schlimm! Hä? Jetzt wollte er in der Küche angreifen, der Huren. Äh, der kam jetzt aus dem Flur. Und er hat aufgehört. Ahhhh! Mach dich! Gar nicht mal so schlecht für so Kackhund. Das ist so gut. Machen wir mal die Willow Street, die ist auch noch schön klein. Ich mach den sich hier wieder an. Ja, hier ist UV. Schau! Guck mal, da steht er! Ah! Zeig Fuß! Komm schon! Oh, das hier ist jetzt die Küche gewechselt. Achtung! Hey! Er tot! Oh Barke! Nein! Doch! Es quäft ein Farmhaus! Na gut! E-MF5! Und ich hör ihn! Den mach ich da hin! Das mach ich oben drauf! Oh! Oh! Klapp! Fass mich an! Paul! Williams! Nothing happened! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Eins! Ah! Er hat uns Buch geschrieben! Der wird uns gleich so bumsen, Alter! Ich sag's dir! Er greift an! Wenn er hier reinkommt, sind wir tot, ne? Ja, er kommt! Er ist da! Er kommt zu mir! Jetzt raus! Er kommt zu dir! Äh! Ich bin tot! Was? Warum bist du nicht mitgeguckt? Puh! Soll ich noch mal rein und nach den Fußschritten lauschen, oder? Machen wir Myling auf gut Glück! Wir machen Myling! Oh, dann bin ich wieder schuld, wenn es nicht die Myling ist! Wenn's jetzt der Shade ist! Oh, das lockert der Shade, oder? Spirit! Wann, Alter! Wir hatten beide nicht recht, immerhin! Ja, immerhin! Toll! Super! Wir schaffen's nicht zufällig noch neun Runden in der Witview Court, oder? Oben ist Wasser der Spül angegangen. Hier hab ich Atem, hier hab ich UV, ein fetter Fingerabdruck. Junge! Der stand hinter dir, ne? Er soll die Fresse halten! Ähm. Er ist anwesend, aber er nicht. Ah! Reicht er grad an? Ja. Bin tot. Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Der ist in die Türe. Okay, wir haben Dots. Aha! Geisterorps ist ein Benji. Zack! Ich hab jetzt unten Atem. Unter null. Die Temperatur. Dann hol ich direkt. Dann hol ich direkt. Kann ich jetzt Sanity Medizin nehmen? Äh. Er greift uns gleich an, wird uns töten, ne? Ja! Er greift ins Buch. Bist du hier? Ja! Nerf mich! Horst mich! Nice! Und direkt ein Level Up. Bischi ist aus. Oh, ich hasse den Flur. Ja! Was ist das passiert? DMF 2er Wecker. Kreuz ist verbrannt. DMF 4. Hä? Äh! Der Jagd, ne? Ja! Und er kam nicht aus dem Zimmer. Ach du auch! Ah ne! Hä? Kannst du mich hören? Oh! Er wollte angreifen! Genau! Ich bin in Heim. Naja. 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 Jetzt kommt ne gute. Vorwetten? Geist, 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 geist. Was machst du denn du eigentlich gerade für den Experiment? Und guck, ob er draußen auch Fragen versteht. Und? Mh ne, ich glaub nicht. Ah ok. Ah! Trotz! Haha! Ich hab mal auf dem Klo erwischt! Den kleinen Doolatsch! Ist hier ein Geist! Ah! Äh! Ehmf! Buch! Buch! So, wisch nicht an dich! Ciao! Alter! Verarsch mich nicht! Willkommen zurück! Danke für dich! Schaffst du dich! Schaffst du dich! Oh ne, wir haben es jetzt schon beendet! Wie? Hast du nicht extra 500 Cash bekommen? Näääää. Wie neää? Ich hab andere Aufgaben als du. Ach du, ehrlich? Haha! Ja! Eine können wir aber noch machen. Hier hab ich Atem. Das wird ne Speedrunde oder? Wenn es so nah am Eingang ist. Dann haben eigentlich immer... Ja, ich weiß. Ich dachte kurz, ich bin tot. Ich mach's ein bisschen romantisch für euch. Aha. BMF 3. Das war voll mein Gesicht mit dem Messer. So, bist du wahnsinnig? Äh, wir sind bei minus 5 Grad. Minus 5? Ja. Hä? Wo? Ah! Über der Tür. Und nochmal die Dots. Mach noch mehr Beweise, Trottel. Geister Orb, Juraj. Juraj. Sollen wir noch ein Foto von ihm machen wegen extra Cash? Im Apparazzi. Wie so'n Spanner. Ah ja, wie's Cash gibt. Ende gut. Alles gut. Yeah. Yeah. Ja.